Jetzt müsste die andere Seite wieder dran sein, das ist echt kacke. Ja, lass mich doch mal das mitnehmen. Oh scheiße, das ist doch nicht die andere Seite. Mutti! Mutti! Was ist denn hier los? Warum war das jetzt so verschwommen? Das war wahrscheinlich das Wasser, wo ich durch ran bin. Oder ich hab ne Granate abgekriegt. Hi meine Freunde und willkommen zu Tom Clancy's The Division. Ja, in der letzten Folge haben wir nach Dufresne, dem Pfleger, gesucht. Das setzen wir auch fort. Aber leider bin ich gleich beim Einloggen hier in irgend so einen Kampf geraten. Wollen wir mal ein bisschen helfen. Damit wir ein bisschen schneller vorankommen hier. Ich wollte eigentlich Kindergranate werfen, wollte eigentlich nachladen. Ach, hier ist ne Leiter, okay. Die werden wir uns doch mal holen. Haben wir hier ne bessere Sicht oder sind wir jetzt auf... Ich weiß nicht mal wo ich hin muss. Ach, das ist schon die Frayne wahrscheinlich. Ach, hier sind sie. Einmal... Oh, der kann nicht durchzielen. Schade. Schieß mal, wir sind ja schlaue Kerlchen. Okay, in Deckung sollten wir auch gehen. Das ist anscheinend schon die Aufgabe. Hoffe ich mal. Obwohl wir sollen hier irgendwelchen Leuten helfen. Aber die Markierung da unten... Da liegt doch was zum Explodieren, oder? Oh. Das ist leider weggeflogen. Was schießt die mir in die Fresse? Ich bin ein Mädchen. Hallo, das sagt man nicht. Benimm dich. Das hast du jetzt davon. Was machst du denn da? Du stehst mitten im Weg. So, jetzt müssen wir den Weg ins Parkhaus suchen. Ach, hier sind noch Klünderranner. Super. Ich muss den da irgendwie platt kriegen. Haben wir jetzt alle endlich mal... Ich dachte, hier können wir noch höher. Aber genau den Eingang haben wir ja letztes Mal schon gesucht. Tja. Da musste ich mal kurz nachdenken. Eigentlich würde ich da runterrutschen. Irgendwie geht mein... Ah, jetzt. Nichts zum Looten. Wie traurig ist das denn? Was ist denn hier los? Wie liegt der denn da? Ah. Okay. Sieht gut aus. Trotzdem suche ich einen Eingang zum Parkhaus. Hier ist er. Aber da komme ich doch nicht rüber. Aber das ist doch gar nicht meine Aufgabe mit den Fraynen. Das ist doch das mit dem Parkhaus. Dann machen wir das halt. Aber erstmal muss ich da rüberkommen. Ich sehe gar nichts, weil es so doll schneit hier. Lass hüpfen doch mal. Oh. Was denn jetzt los? Irgendwas stimmt nicht. Das hängt bei mir. Jetzt ist besser. Kommen wir hier durch ins Parkhaus? Hi. Ja, wie freundlich. Danke. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas plündeln... Ach, hier ist der Durchgang. Hier gibt es doch bestimmt was. Ist doch immer so. Das war schon... Wir gucken gleich mal nach... Ne, erstmal machen wir die Aufgabe. Lass Tür auf. Hier ist also nichts. Ich dachte, ich muss ins Parkhaus. Aber irgendwie... Oh, es ist dunkel. Kommt man auch nicht lang. Das ist doch nicht das Parkhaus. Das ist... ein Apartment. Irgendein Apartment habe ich jetzt betreten. Upsala. Sagen wir mal da. Machen wir das eben... Plündern hier oder was wir auch immer machen können. Oder jetzt... Zum Öffnen was? Ne. Denk mal, hier können wir was plünden. Ach, hier kommen wir durch. Das ist cool. Das ist der Weg also. Ich höre doch irgendeine Klimper. Oder war das jetzt Glasscheiben? Das schwimmen wir halt hier ein bisschen. Finden wir vielleicht noch Zeugs. Ohne Hose mal. Keine Jacke. Ist ja mal ein Wunder. Bloß wir ziehen uns jetzt nichts frischend an, weil wir eigentlich was die Aufgabe machen wollen und danach wieder weiter durch Freyne suchen. Wir brauchen ja die Pillen von dem. Okay, das können wir nicht einsammeln. War schon voll. Hier steht ein PC. Ja, ein bisschen daddeln. Okay, hier können wir auch nicht durch. Gut, dann klettern wir mal durchs Fenster, weil ich glaube, mehr gab es hier nicht mehr. Mal los. Und drüben sind wir. Tada! Dann werden wir die Leute mal befreien. Das Tor öffnen. Okay, machen wir doch. Gibt es hier noch irgendwas zum Plündern? Gute Arbeit. Schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Das war es schon. Wir bekommen Besuch. Oh scheiße. Äh, wir brauchen eine Deckung. Oh, nicht wieder so ein Schild, Furzi. Oh. Scheiße, ich habe vergessen nachzu... Oh, du Arschloch. Das lassen wir nicht zu, dass die uns abkokeln hier. Der hat sich, glaube ich, selbst gerade fast abgekokelt. Wo klettert der denn hin? Oh, Alter. Ich habe keine Deckung mehr, weil der da oben steht. Wo ist die Kokelise hier? Stand um der Ecke. Was ist denn Action pur hier? Die schlagen wir. Ich schieße die ganze Zeit alle hin und die platt hier. Da ist doch noch irgendwo einer. Ach, hm. Habe ich überhaupt nicht gesehen dahinter. Oh, da kommt Nachschub. Okay, die machen wir auch da platt. Was, ich habe kaum noch Muni. Schießt ihn in die Fresse. Na, wie höflich. Oh, fuckhead. Wo sitz ich denn hier? Ich helf doch schon. Warte noch. Hoffentlich habe ich... Schade, habe vorbeigeschmissen. Den holen wir uns jetzt so hier. Hör auf zu schreien, Mensch. Ist der in der Karre fest oder was? Habe ich es geschafft? Ja, danke. Ich weiß nicht. Ich befreie euch ja gleich. Ich sammle nur schnell meinen Brüll hier ein. Er muss ja nicht hier rumliegen. Noch ein bisschen Ordnung muss ja auch sein. Wir gucken gleich mal, was wir alt bekommen haben. Mehr ist hier leider nicht. Na, wir sind heute wieder ein bisschen mehr Muni. Ich komme ja schon. Zappt euch mal nicht so. Bitteschön. Gute Arbeit, Agent. Wenn diese armen Menschen wieder hier sind, müssen wir ihnen die Feinheiten der Meditation beibringen, um ihre traumatischen Erlebnisse zu überwinden. Ja. Ich helfe euch hier an dabei. Sie hätten wir das keinesfalls geschafft. Bitte! Erbarmen! Was? Erbarmen? Warum schreien die denn immer noch? Die sind doch schon draußen. Jetzt machen wir gleich unsere Mission weiter. Die wir eigentlich machen wollten, aber... Wen schreit die denn an hier? Ne, wir machen erst mal gucken, was wir hier gekriegt haben. Neue Objekte verfügbar am Laden. Ist mir jetzt gerade egal. Aber ich glaube, wir können ein paar Sachen ausrüsten. Neuen Rucksack. Obwohl der ist... ...nicht so gut. Gefällt mir nicht. Den haben wir gerade an. Das macht einen riesen Unterschied, finde ich. Ja, das macht eine riesen Zähigkeit. Ist dadurch schlechter. Aber die Fertigkeitsstärke ist natürlich besser. Hier auch. Das ist blöd. Wir nehmen mal den. Das blöd gefällt mir nicht. Die anderen Teile. Die muss ich mal verkaufen. Warte, haben wir hier noch schöner gekriegt? Wir haben eine Knarre gekriegt. Eine AK. Eigentlich müssten wir unsere, glaube ich, noch weiter aufwerten können. Die haben wir jetzt so. Gucken wir mal, ob wir da noch etwas drin stecken können. Also... Was ist denn jetzt los? Ah, jetzt. Das hat ein bisschen länger geladen. Gucken wir mal, ob wir eine Mündung haben. Ne, haben wir nicht anscheinend. Haben wir das halt nicht? Optikmods können Grundschaden, Reichweite und den Schaden bei Kopfschüssen steigern. Das nehmen wir doch. Anlegen. Dann können wir besser wieder visualisieren. Gucken wir mal, ob wir hier auch noch ein besseres Magazin haben. Aber sieht nicht so aus. Was ist das hier? Das Aussehen der Waffe verändern ist leer. Ja, total toll. Das wartet schon. Vierfach Zoom. Hier haben wir auch nichts zum... Doch, hier. Das nehmen wir auch. Macht, glaube ich, zwar nicht viel aus, aber besser als gar nichts. Haben wir hier noch irgendwas? Magazin. Haben wir keins. Schade. Das lassen wir jetzt so. Sieht doch schon schick aus. Mit... Nein. Achso, doch. Wir müssen jetzt endlich unsere Mission weitermachen. Wenn ich mal wüsste, wo sie ist. Wo ist denn die hin? Die ist weg. Wir bestätigen den Erfolg von Phase 1. Wiederholung. Das ist das nicht. Wo ist denn das jetzt hin? Das hatte ich doch letzt mal noch. Safehouse. Kann. Ich suche... Das war doch eine Nebenmission. Das war das auch nicht. Wo ist denn das da? Axel Wallace. Satellitenverbindung. Das hatten wir doch noch gar nicht fertig. Soweit ich weiß. Einsatz. Abgeschlossen. Wo ist denn das mit Dufresne geblieben? Das hatten wir 100 Brunner nicht fertig. Ach, hier war? Ne, auch nicht. Das finde ich jetzt richtig beschissen. Das war auch eigentlich hier in der Nähe. Wir werden überrannt. Sie töten alles und jeden. Oh. Das finde ich echt bescheiden gerade. Das ist... Wo ist Dufresne geblieben? Oder ist der Tod? Keine Ahnung. Die haben wir aber verkackt, die Mission. Ich finde sie nicht mehr. Dann machen wir jetzt mal die... Die Mission, glaube ich. Dieser Tunnel ist unsere wichtigste Nachschublinie für Waffen, Nahrung und Medikamente aus der Außenwelt. Aber eine Gruppe Aufständischer mit Sprengstoff versucht die Quarantäne dort zu durchbrechen. Noch hält ihn eine Garnison der JTF stand, aber sie werden schwächer. Und wenn die Aufständischen die Schleusen sprengen, um durchzubrechen, wird der Tunnel geflutet, die Nachschublinie geht verloren und jede Menge Leute sterben. Wir haben die Bestätigung, dass Benitez dort mitten im Getümmel ist. Der Tunnel muss gesichert und Benitez zur Basis gebracht werden. Machen wir. Aber zuerst gehe ich jetzt immer an dem Kampf da vorbei. Wir müssen da eh hin. Kommen wir hier irgendwie rüber? Nee, gehen wir nach vorne raus. Das ist ja blöd. Also, wo ist die scheiß Nebenmission? Wir haben doch Dufresne gar nicht gefunden. Ich sag jetzt nicht, hier sind schon wieder vorzits. Ist mir jetzt egal. Die lassen wir jetzt da hinten. Die haben wir eben schon plattgemacht. Jetzt gucken wir mal, hier müsste nämlich gleich auch ein Kampf auftauchen. Zur Not lassen wir den aus, aber ich glaube, den können wir nicht auslassen, weil da ist wieder diese schöne Kreuzung. Oh, da ist ein Kranker. Dem helfen wir doch. Na toll, Erste-Hilfe-Dings. Turnschuhe gekriegt. Schön. Ganz toll. Und dafür einen Erste-Hilfe-Kasten weniger. Wir bräuchten eigentlich Muni. Also, wir können gar nicht die Mission hier machen, wenn wir keine Muni haben. Das war die falsche Taste. Wir müssen eigentlich zum Safe-House zurück. Wir gehen mal zum Safe-House zurück. Und machen wir erstmal unsere Muni aufstocken. Und dann gucken wir, ob wir da anderen Nebenmissionen machen, weil ich will jetzt noch eine Hauptmission machen. Weil ich finde das doof. Eigentlich hatten wir ja die Framing-Missionen gesucht, aber irgendwie ist die verschollen. Die wurde uns geklaut. Keine Ahnung. Auch aber lange, die Blitzreise. Da hätte ich auch hinlaufen können in der Zeit. So, und Dankeschön. Sind wir endlich da. Jetzt dürfen wir da echt rinkriechen erstmal wieder, weil hier darf man ja nicht rennen. Das ist hier wie in der Schule auf dem Gang. Ich glaube, hier darf ich gleich wieder rennen. Ich glaube, dann verkaufen wir mal unseren Pull. Wir haben ja wieder ein bisschen was. Ach, hier haben wir eine schwere Schutzweste noch. Das habe ich eben nicht geguckt, oder? Das machen wir eben mal. Wir haben doch noch ein paar Sachen gekriegt, die besser sind. Hier zum Beispiel. Die machen wir. Hier war doch eben noch irgendwas. Die Schutzweste. Doch. Ach ne, das war die Ware. Ach, bin ich blöde. Das war der Verkauf. Na super. Könnte man natürlich jetzt kaufen, ne? Obwohl, nicht wirklich. So viel Kull haben wir dann doch nicht. Wir verkaufen erstmal den Pull. Die zum Beispiel. Die AK behalte ich, glaube ich, die finde ich cool. Was ist das? Ich glaube, das verkaufe ich jetzt doch. Das ist mir jetzt sicher. Egal. Ach, Schieter. Das muss ich erst markieren, ja. Die behalten wir. Alle weg hier. Weg mit dem Scheiß. Ey, Taschen voll bis oben hinten. Wie viele Rucksäcke habe ich denn? Gibt's doch nicht. Ich glaube, die mache ich alle weg. Oh, hier ist was. Reparaturschoner. Okay. Den behalten wir mal, weil irgendwie zeigt er an, dass der besser ist, als den wir haben. Holster behalten wir auch, weil... Holster? Ist das neu? Na egal. Handschuhe weg. Das behalten wir natürlich alt. So, jetzt haben wir die Taschen mal ein bisschen leerer, finde ich. Ach so, hier ist noch was. Wie gesagt, die AK will ich behalten. Da bin ich eigen. So, weg damit. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben Holz da. Hier, irgendwo hatten wir was besseres. Hier nämlich. Hat er mir gar nicht angezeigt. Aber wo kann man das Holz da? Kurzer Griff. Zieloptik. Hier ist nix. Ach hier, drüben. Ach, haben wir schon angelegt. Hätten wir doch verkaufen können. Gut, dann machen wir das eben noch, weil wir schon mal dabei sind. Und dann geht es erst mal weiter. Kommen Sie ruhig her und sehen Sie mal. Kommen Sie ruhig her und sehen Sie mal. Hallo, was ist denn für eine Anmache? Zu billig. So, das behalten wir jetzt alles. Haben wir jetzt eigentlich die Zieloptik drauf? Ja. Jetzt gehen wir wieder. Jetzt haben wir die Taschen voll, alle chic. Ach nee, Moment. Nachladen. Warum haben wir denn schon wieder... Na egal. Nachladen geht hier drin nicht. Hier kriecht man durch. Jetzt sind wir Gott sei Dank draußen. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier eine Nebenmission machen. Wir haben ja hier eigentlich noch vieles offen gehabt. Dachte ich zumindest. Hier ist was. Die machen wir. Wenn wir schon... Ich bin ehrlich froh, dass du da draußen bist und nicht ich. Denk dran. Du bist was Besonderes. Die meisten Menschen, die mit so vielen schwer bewaffneten Gegnern konfrontiert wären, würden das nicht überleben. Ich übermittel die Koordinaten. Die hat sich aber jetzt kräftig eingeschleimt bei mir, oder? Egal. Gehen wir mal hin. Wir werden uns ein bisschen sputen. Warum habe ich denn die Pistole in der Hand? Ein bisschen nachladen. Zumindest haben wir jetzt wieder genug Munition. Also jetzt können wir... Ist das eine Plündere? Ne. Die hacken hier irgendwas aus. Irgendwas Gemeines. Ich weiß gar nicht, warum meine Grafik heute so verschwommen ist. Zumindest hängt meine Maus und meine Tastatur nicht mehr, sodass meine Stimme jetzt auch wieder synchron mit dem Video ist. Hier ist auch nichts. Nix. Ich lauf hier lang. Und außerdem bedenke ich eine Sie. Immer noch. Ich muss bloß aufpassen, dass wenn ich hier plötzlich Plünder war, eine Backe haben. Ach, hier ist mein Ziel jetzt erreicht. Ach, das ist die Aufgabe, die habe ich glaube ich schon mal gemacht. Das ist lustig. Da habe ich schon mal fast verkackt. Weil ich nicht wusste, dass ich da noch zu einer anderen Seite rüber muss. Jetzt muss ich hier nämlich das verteidigen. Hier drüben. Die dürfen dort nämlich nichts das stören. Jetzt habe ich sie natürlich gleich, aber dann sind sie wenigstens von dem Teil abgelenkt. Habe ich wohl. Erzähl doch nicht hier, behauptet doch nicht so einen Stoß. Aber. Er ist doof, wenn ich den Kopf oben habe. Oh, die haben was fallen lassen. Kommen da noch welche? Da kommen da bestimmt noch welche. So, das nehmen wir lieber erstmal mit. Warnung. Eintreffen der Gegner. Jetzt müssen wir nämlich hier rüber. Das ist echt scheiße. Oh, die sind schon da. Den machen wir mal platt. Am besten... Wo ist denn der andere jetzt? Ach, da sind die. Oh nein! Und ich habe noch nicht nachgeladen. Ah, du Arsch. Mist, die schießen auf die schöne Ware. Hat der einen Knüppler oder warum rennt der so komisch? Also, Baseballschläger mein ich. Das haben wir auch. Haben die wissen was fallen gelassen für mich? Warnung. Eintreffen der Gegner. Natürlich nicht. Achso, hier. Immer noch. Achso, das Ziel. Von wo kommen die? Scheiße, ich habe eine richtig kack Deckung. Oh, ich muss den Granaten-Fuzzi auswählen. Ich glaube, das ist der andere. Wann wackelt denn das so? Puh. So, das holen wir uns jetzt noch schnell. Jetzt müsste die andere Seite wieder dran sein. Das ist echt kacke. Ja, lass mich doch mal das mitnehmen. Oh scheiße, das ist doch nicht die andere Seite. Mutti! Mutti! Was ist denn hier los? Warum war das jetzt so verschwommen? Das war wahrscheinlich das Wasser, wo ich durch ran bin. Oder ich habe eine Granate abgekriegt. Oh, der hat sich selber gesprengt. Ich hoffe nicht mein Ziel. Ein bisschen. Genau, zeig mal dein Köpfchen. Können wir ein bisschen ein paar Löcher rin pieksen. Kannst aber voll vergessen. Und der schießt natürlich auch auf die Ware. Ja. Oh, ich schaffte. Danke. Die hat bestimmt heimlich doch mitgemacht. Ach, da seid ihr ja. Wird ja auch mal Zeit, ne? Dass auch kommt. Sieh an, sieh an. Das habe ich ganz alleine gemacht. Ja. So. Was machen wir jetzt? Irgendwas ist hier noch in der Nähe. Die ist noch rot. Achso, weil die Blitz ist Stufe 7. Das sind wir noch nicht. Haben wir hier noch irgendeine Mähmission oder irgendeinen Kampf? Hier könnten wir noch Ressourcen besorgen. Wo sind wir überhaupt da? Ich glaube, die nehmen wir mal mit. Weil dann können wir unsere Medizinabteilung ein bisschen ausbauen. Schon wieder die Hälfte der Muni weg, ne? Das ist ja echt wegen einer Nebenmission. Ich weiß nicht, ob wir die Mission noch schaffen, weil die Zeit ist schon fast vorbei. So richtig schön neblig hier. Richtig diesig. Mit Schnee. Wunderschön. Nicht. Kasse Schnee. Grutsche und Mariana drauf aus. Deswegen mag ich Winter nicht. Oh, da sind sie schon. Ich sag's dir, das Last-Mein-Battalion ist für mich in New York in die Knie. Huh, das ist aber eine Kackdeckung gerade für mich. War das jetzt Plünderer oder war das schon die Aufgabe? Ich glaube, das waren das Plünderer. Die hier spazieren gegangen sind, die armen Kerle. Und jetzt sind sie plattgemacht. Oh, das ist eigentlich noch ein Stückchen hin bis da. Ne, ist ja schon hier. Warnung. Feindpräsenz entdeckt. Na, ist hier noch mehr? Irgendwas, ach, dahinter. Wo ist er denn jetzt? Kommt vor. Hab dich mal nicht so. Jetzt hab ich ihn. Das war's schon. Super. Dann sammeln wir die Ressourcen auch gleich ein. Das ist hier drinnen. Boah, ist das dunkel. Jetzt ist es plötzlich hell. Was ist denn das für ein Grafik-Bug bitte gewesen gerade? Okay, nehmen wir erst das grüne Krimskramszeug damit. Was weg ist, ist weg. So. Hätt's ja ruhig mal helfen können, Vogel. Hier irgendwo müssen jetzt nämlich Medizindinger. Hier ist der Schlüssel. Die Geiseln befreien wir gleich mal. Hier muss doch irgendwie noch... Irgendwo zum Einsammeln sein. Hm. Hier. Aber können wir gar nicht, weil wir haben schon drei. Ich glaube, das kann man später aufrüsten, dass man den 4 benutzen kann. Okay, dann befreien wir sie mal. Guck, ich durfte da gehen. Dann bin ich wieder so langsam. Zivilisten sind sicher. Zack, zack. Wir essen früh. Mann, luft doch mal schneller. Jetzt bleibt er noch an der Tür stehen. Wir brauchen nämlich den Kram hier. Und dann beenden wir nämlich die Folge. Da war eine Maske. Ja, mir erst mal. Dann sagen wir mal bis zur nächsten Folge. Danke wieder fürs Zuschauen. Eure Sandy. Ciao. Tschau.